Mit diesem Trick landet nie wieder Schale in euren Eiern. Das einzige, was wir brauchen, sind Eier und eine Schüssel. Wir werden das Ei jetzt nicht am Schüsselrand aufschlagen, nicht auf einer flachen Oberfläche, nein. Wir brauchen einfach nur ein weiteres Ei. Weil immer wenn man zwei Eier zusammenhaut, geht nur eins perfekt kaputt. Jedes Mal. Ganz kaputt. Und ihr seht vielleicht, hier ist so ein perfekter Crack der Länge nach entstanden und ich kann das Ei einfach in die Schüssel geben. Ich habe das jetzt seit Wochen nicht anders gemacht, es ist wirklich nie schade dabei. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist einfach Magie. Nächster Beweis. Ihr könnt sogar ein bisschen rumschlagen. Zack. Und perfekt. Jedes Mal. Wenn ihr es nicht glauben könnt, probiert es selbst aus.